Lang nicht mehr gesehen, aber gebraucht genauso schön wie neu. Ein Concorde Centurion 910 MI in einer extravaganten Ausführung und das geniale dabei ist eine Tonne Zuladung plus minus. Und ihr habt ihn gewogen, er stand auf der Waage, das sind keine Mondgewichte, der hat echt eine Tonne Zuladung noch. Genau so wie er jetzt hier steht, wie wir gleich reingehen, allerdings ohne Wasser sind 1,1 Tonnen Zuladung bei siebeneinhalb Tonnen. Und das coole ist die Ausstattung. Wir haben zwei Klimaanlagen drauf, also die haben an nichts gespart. Hier ist ein Gasgenerator mit drin, hier ist eine Mastervolt Anlage drin, eine große. Wir haben Full LED, wir haben eine Lederausstattung innen drin. Das Teil ist voll 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 und es hat die Mehrwertsteuer ausweisbar. Ja exakt. Du hast noch vergessen, 360 Grad Kamera. Dann haben wir noch einen Abstandstempomat, der frisch reingekommen ist. Der war vorgerüstet. Anfangs von Iveco konnte nicht ausgeliefert werden. Mittlerweile sind die ausgereift, ist jetzt eingebaut. Ja und ich glaube Ausstattung, weitere finden wir noch innen drin. Ja, das Spannende hier bei dem Fahrzeug ist wirklich, du hast einen richtigen Luxusliner, der aber von der Zuladung her keine Kompromisse bietet. Das bedeutet, du kannst richtig reinladen, du hast ordentliche Wassertanks mit drin, du hast zentral gesteuerte Klappen, was also auch ein riesen Vorteil ist. Machen wir bitte eine auf, dass wir das mal sehen. Wir drehen uns heute Ende Juni 2022. Der steht jetzt zum Verkauf. Der Preis, wie viel sie haben? 399.000 Euro. Die geschönte 400.000. Also deutsche Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist das Besondere, denn dieses Fahrzeug hat Mehrwertsteuerausweis. Hier ist die Mastervolt Anlage. Das ist eine AGM Batterie. Ja, für den Generator. Für den Generator. Also das ist nicht die Aufbaubatterie. Und das ist die Elektronik aller Concorde vom Feinsten. Denn Concorde baut wirklich tolle Reisemobile. Das Ganze in Aschbach in Franken. Und man kann wirklich hier reingucken. Du siehst alles, egal was du hier siehst. Du kannst da angucken. Das ist die Einspeisung. 230 Volt. Hier sind Ladegeräte noch mit drin. Booster. Solaranlage hat er wahrscheinlich auch drauf. Ja, hat er auch drauf. Natürlich die Alde 3020. Ist hier mit eingebaut. Eine Warmwasserheizung. Tankspül-Entleerungssysteme sind hier mit drin. Also der steht doch einem ganz großen in fast nichts nach, oder? Nee, das ist ein absoluter Luxusliner. Eben als 7,5 Tonner. Das Ganze in der Ausführung. Ich guck mal, gerade kein Hubbett, sondern ein Hattenhubbett. Hattenhubbett sogar, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, du konntest richtig stehen drunter. Ja, ja. So, das ist der Gaskenerator? Genau. Der Tellier. Da habe ich drüber berichtet übrigens. Ja. Ein Werther. Der ist richtig klasse. Einen Gastank hat er keinen? Nein, einen Gastank hat er noch keinen. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach vielleicht noch fehlen könnte, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe eben mal reingeguckt. Da ist so viel drin, was mir jetzt schon Spaß macht. Der hat übrigens auch das Design natürlich hinten mit dem Spoiler drin, was du kennst. Da ist die ganz große Masterwold drin. Ein Wechselrichter mit Ladegerät und allem drum und dran. Auch sehr zugänglich. Eine riesen, 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 riesen Garage. Guck mal hier, du bist 1,85 Meter. Du kannst hier stehen im Fuß einfach reinlaufen. So, die Masterwold Kombi. Das ist der Chargemaster 60. Das heißt, in 60 Ampere Ladebooster mit eingebaut. Solaren Batterie ist angeschlossen hier an dem System. Das ist der Hauptschalter übrigens. Masterwold hat eine Besonderheit. Die Batterien sind alle noch mal geschützt durch ein extra Sicherheitssystem. Also wenn Sie Unterwold kriegen sollten, warnen Sie mehrfach. Ansonsten fliegt hier der Schalter raus. Wenn man den Schalter dann zu oft wieder reinmacht, dann darf man sich an den Kundendienst von Masterwold wenden, wenn man ihn nicht auflädt. Aber das passiert so selten. Es ist ja gedacht, dass er bei 80 Prozent einfach mal rausfliegt. Und zu erinnern, Achtung, ich möchte die Batterien nicht tief entladen. So, also der Kombi Master ist hier mit drin. Ganz tolles Teil. Heckbelastung 400 Kilo. 400 Kilo. Das heißt, du kannst hier eine Harley reinladen. Ja. Mal gucken, was hier drin war. Airline Schienen am Boden mit drin. Das Ganze ist natürlich beheizt. Ich kann es gar nicht glauben, dass er auf 7,5 Tonnen steht und noch eine Tonne Zuladung hat. Ja, ja. Er ist gewogen worden. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es ist so, ja. So, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, dass man sieht, wie groß die Garage ist. Das hört gar nicht mehr auf mit der Garage. Dann das Heck. Ist natürlich jetzt von allen übernommen worden, so oder so ähnlich, das Design. Aber der Zenturion hatte schon damals diesen unglaublichen bösen Blick hinten. Also, das ist ein Highlight, ne? Dieser Spoiler. Total cool. Zwei Klimaanlagen? Ja, genau. Zwei Klimaanhängerkupplung sehen wir hier. Satte Anlage. Also, da ist die Anhängerkupplung. Wenn ihr dann doch noch Fahrräder mitnehmen wollt zu der Harley, dann geht das hier. Oder ihr könnt noch ein Auto ziehen oder ein Boot. Dreieinhalb Tonnen kann die, glaube ich. Beziehungsweise durch die 7,45749 Auflastung sind es noch dann 3,2 Tonnen. Nur noch? Oh je. So, wir sind bei Wohnwagen Vogt. Ihr seid autorisierter Concorde? Nein. Nein, seid ihr nicht. Aber ich sag mal so Alde und alles, was hier drin ist, hast du schon mal gesehen, oder? Ja, natürlich. Das habt ihr laufen da. Wir sind Morelos-Service-Partner. Ja, du bist Morelos-Service-Partner. Du bist Morelos-Service-Partner. Service-Partner. Phoenix-Service-Partner. Und dann kommt natürlich auch mal hier ein Concorde auch mal wieder rein. Das passiert auch. Wir haben hier ein großer Tresor und der Ganze ist auch noch mal verschraubt. Und an einem Platz, wo du auch richtig viel Spaß hast. Vor allem in die Heckgarage musst du auch noch mal rein. Alles ist zentral verriegelt. Oh, ist der schön. Den würde ich gerade mitnehmen. Aber die 400, ganz ehrlich, da müsste ich ja mein ganzes Gespartes zusammenkratzen, um das Fahrzeug zu kaufen. Obwohl es wäre es wert, oder? Du, ich müsste Haus und Frau verkaufen. Versuch's mal, ja. Meine Frau will nicht. Nee. Nee, ist schön. Aber es ist ja so, wenn ich mir einen Traum gönne, das ist natürlich jetzt nicht für jedermann. Und viele schreiben da runter, das ist ein Fahrzeug für Geringverdiener als Spaß oder sowas. Das ist ja nicht lustig. Sondern wir reden ja hier über eine große Anschaffung, 400.000 Euro. Die Leute, die sowas kaufen, haben oft ihr Leben lang darauf gespart, haben vielleicht eine Eigentumswohnung aufgelöst oder mehrere. Oft sind es Unternehmer? Auch Unternehmer, auch Normalverdiener, die ein Leben lang eben ihr Haus abbezahlt haben, irgendwann im Alter dann andere Wünsche haben, ihr Haus verkauft haben, eine Eigentumswohnung noch erworben haben und vom übrigen Geld sich dann ihr mobiles Heim dann gekauft. Derjenige, der sowas kauft, verbringt in der Regel eben auch Zeit da drin. Also die werden ja ganz häufig genutzt, um zu überwintern in Spanien. Und so ein Fahrzeug sollte man eben auch nutzen. Natürlich könntest du jetzt sagen, der Wagen hat jeweils schon ja ausweisbar. Für die Unternehmer auch interessant. Ganz klar, seit Corona weiß man, wenn du im Außendienst bist und Hotels haben zu und du musst Kunden besuchen, das ist natürlich ein richtiges Büro, was du hier mitfährst. Bitte vorher abstimmen im Finanzamt, denn die sehen das nicht immer gerne so. Es muss argumentiert werden, es muss ja auch plausibel sein. Am besten Fahrtenbuch machen, Wimka oder sowas. Habe ich im Einsatz gehabt, dann hat man wenig Probleme, wenn man das Ganze dann auch noch nachweisen kann. Also mobiles Büro geht auf jeden Fall, wenn es argumentiert wird. Da siehst du eben alles mal. So eine Kardamelle hat er auch? Ja. Er hat übrigens eine Sperre hinten, eine Differenzialsperre, wenn ich mal auf der Wiese stehe. Zwillingsbereifung ist mit drauf, Leichtmetallfelgen. Also der ist richtig schön voll. Er hat eine große Hubstützenanlage mit drin. Auch die können wir mal zeigen. Die ist hier drin. Stefan, wenn du das mal kurz hochhebst. Da müsste eigentlich die Notbefeuerung sein. Ja, da ist sie. Ja, das ist immer ganz interessant zu sehen, wenn man auf die Technik draufblickt. Ich habe mal einen Crashkurs in Sachen Hydraulik, denn du kannst hier diese Ventile alle nochmal manuell losdrehen und kannst im Falle des Falles, was glaube ich noch nie vorgekommen ist, kannst du diese Anlage auch manuell bedienen. Ja, am besten anrufen in dem Moment. Ich denke, es gibt auch schon einige Videos, die darüber berichten, wenn es so wäre. Aber das ist ganz selten. Ich zeige mal was. Also das darf man eigentlich nicht, was wir hier gerade gemacht haben. Aber auf eigene Verantwortung haben wir es jetzt dann gemacht. Es ist nicht so abschüssig. Die Räder sollten nicht frei stehen. Das ist also ganz wichtig. Aber sie kann es. Ja, natürlich. Du kannst ja auch einen Radwechsel vornehmen. Auch da bitte vorher den Rad einholen, ob man das darf und so weiter. Ihr wisst ja, wir wollen hier keine falschen Leute auf die Fährte jacken. Hier, wenn du da mal kurz aufmachst, bitte. Du weißt, natürlich, die Leute machen das. Ich will nur immer davor warnen. Ich glaube, der Hersteller sagt, ich weiß nicht, ob man es darf. Durchladen komplett? Ja, kannst du einmal von links nach rechts alles reinladen. Ich zeige mal gerade den Gesamtaufbau, dass man den von der Seite mal sieht. Das ist jetzt mit allen... Bei dem Wagen wurden die Spiegel lackiert. Die sind in serienmäßig in Weiß, die Spiegel. In Schwarz sieht es deutlich besser aus. Und nach vorne hin wurde auch noch verdunkelt, die Front. So, Sie können übrigens die Spiegel auch wieder weiß lackieren lassen. Das wäre kein Problem. Ihr macht auch... Hier wurde nach oben noch lackiert. Jetzt, wir lackieren noch die Kamera Schwarz, weil die würde mich jetzt stören in Weiß. Gut, wenn der Kunde es haben will. Oder ist es sowieso so? Ja, da bin ich auch eitel. Ja, ihr verkauft große Fahrzeuge. Es gibt es seit über 60 Jahren. Ihr habt über 50 Mitarbeiter. Ihr seid ein Meisterbetrieb. Du hast ganz viele Marken. Wir haben es gerade eben schon gesagt. Servicepartner Morelo, Servicepartner Phoenix. Das ist da. Die Technik ist sehr ähnlich von Morelo und Phoenix, muss man sagen. Ja. Also die verbaute Technik, Alde, Hubstützanlage, EP. Master Volt. Ja, alles was du willst. Die Aufbautür ist sogar dieselbe. Ja, AC Composite. Richtig. So, das ist eine digitale Tür. Also für alle, die sowas noch nie gesehen haben. Es gibt keinen Schlüssel mehr hierfür. Also man kann über... Natürlich, wenn man weiß wie, gibt es eine Notentriegelung. Das werden wir jetzt nicht verraten, wie es geht. Aber man macht das über einen Code auf. Den Code kann man selber einprogrammieren. Die hat natürlich eine Sperre, die Tür. Warum? Ja, in dem Moment hängt das hier zusammen mit der Serviceklappe. Und wenn ich das vergesse, dass die auf ist, dann habe ich ruckzuck was vermackt. Und ich kann aber dennoch jetzt über die Sperre hinaus, kann ich eben doch nochmal öffnen. So, jetzt hast du eine Notentriegelung. Das ist auch ganz wichtig. Die kann man von innen öffnen. Wenn jetzt mal nichts mehr gehen sollte, dann kannst du hier vorsichtig ziehen oder auch feste ziehen. Das spielt keine Rolle. Und da ist über ein Seilzug die Tür nochmal zu öffnen. Das ist übrigens Feuerwehrtechnik. Krankenwagen, Rettungswagentechnik. Das ist keine Wohnmobiltechnik, die hier verbaut ist. Ja, exakt. Die darf sogar feste zugeschlagen werden. Mach mal die feste zu bitte. Da ist nämlich so, dass der Hersteller sagt, die kannst du leise zumachen, die kannst du genauso gut so zumachen. Dafür ist sie gebaut. Macht ja nix. So, wir gehen mal rein. Stefan, du hast die Klimaanlage angeworfen. Das ist ein Hammer, denn das Fahrzeug steht im Moment tatsächlich auf der internen Batterie mit Solar und du kannst die Klimaanlage auch während der Fahrt laufen lassen. Was ganz wichtig ist, die Hubstützanlage. So, die steht da schon. Dann hast du zentrales Bussystem für Licht im ganzen Fahrzeug. Du kannst hier die Lichter, ja das Bussystem ist oben, wo wir gleich hingehen. Hier ist die Verriegelung der Klappen. Hier ist die Trittstufe und hier ist die Außenbeleuchtung. Zweimal kiesendirekt habe ich gesehen. Warte, richtig. Was hat er gelaufen? Oh. Guck mal. 12.240 Kilometer. 12.240 Kilometer und ich zeige mal ein kleines Detail. Dieses Fahrzeug ist in der Lage, einen der besten Radiosender Deutschlands zu empfangen. Nämlich Saarfunk 1, unser Sender. Wenn ihr mal im Saarland seid und German Television liebt, dann macht bitte Saarfunk 1 an. Du machst da sogar Werbung drauf. Ja, genau. Schau mal, du kannst hier sogar die 360-Grad-Kamera über einen echt noblen Monitor dann anschauen, der hier integriert ist. Du kannst dann oben drauf gucken aufs Auto, gell? Genau, jetzt aktuell natürlich mit den offenen Klappen sind die Kameras ein bisschen eingeschränkt. Aber ansonsten, das funktioniert tadellos. Das Cockpit ist ja speziell von Concorde angepasst worden. Also das ist von der Optik her was ganz Feines, beledert hier sogar. Gut, wir sind ja auch im Zenturion. Das ist so die Königsklasse in der 7,5-Tonner, oder? Du hast es gesagt, ja. Schau mal, da ist noch der Abstandstempomat. Der Sensor. Ganz tolle Sache übrigens. Du hast Scheibenmischer, die auch dem Beifahrer perfekte Sicht bieten, weil üblicherweise sind ja Scheibenmischer immer nebeneinander angebracht, sodass das Wischfeld auf dem Beifahrerseite dann schlecht ist. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein richtiger LKW-Wischer. Du kannst als Beifahrer genauso gut rausgucken wie als Fahrer, wenn es regnet. Jena Soundsystem, schau mal. Ja, ist mit eingebaut. Ja, sehr gutes Gerät, ja. Luftschwingssätze. Guck mal, wenn du mal kurz zurückgehst. Du hast Luftschwingssätze wie beim LKW. Es sind auch die gleichen ISRI-Sitze, die da sind. Das Ganze beledert. Ja, jetzt stehe ich unterm Hubert. Mit 1,85 Meter geht gerade so, aber funktioniert, stört nicht. Ja, Hubert mit drin. Ich zeige das mal gerade. Hier war wahrscheinlich jemand unterwegs, auch mal mit einem Team und so weiter, wo mehrere Leute schlafen können. Denn du kannst vorne einen eigenen Bereich bilden. Hubert zeigen wir gleich mal. Den Frontsitz kannst du drehen, eigentlich, den Fahrersitz? Ja, natürlich. Lenker, das ist übrigens abnehmbar. Ja, das sollte man vielleicht auch machen. Aber es geht aber so. Füße knapp so gehen. So einmal zurück und dann lehne runter. Dann können wir es hier aus tricksen. So, ist Langpfiff. Ah, es geht. Okay, wunderbar. So, denn das Ganze ist noch abnehmbar. Auch der Tisch ist absenkbar. Das heißt, du kannst aus diesem Tisch eine Sitz-Lounge machen und hier auch noch mal Leute schlafen. Jetzt kommt aber der Oberhammer. Hier ist der Fernseher, übrigens. Da haben wir natürlich die Kollegen vom ZDF laufen. Hallo. Drehscheibe läuft gerade, aber das sind Lounge-Sessel. Zeig mal bitte. Die ganze rausziehen. Toll, hier vorne. Das Leder fühlt sich unglaublich sehr hochwertig an. Es ist so, du kommst da hin und es fühlt sich an wie so eine ganz hochwertige Rolf Benz coucht. Ja, wirklich ist ganz fein anzufassen, das hier. Aber auch alles. Schau dir mal die Edelstahl, die Edelstahl-Absetzung an. Das passt einfach. Das ist ein ganz edles Fahrzeug, das hier. Und das Bad, glaube ich, wenn wir das nachher sehen, das ist mein persönliches Highlight, mit dem Bett zusammen. Ein Raumgefühl. Total krass ist, die haben die Klimaanlage komplett integriert. Komplett eingebettet, ja. Das ist wirklich richtig schick. So, das Huppet auch beledert von innen. Ich komme nicht darüber hinweg, dass der deutlich unter 7 Tonnen ist. Aber du hast ihn gewogen, sagst du. Ja, tatsächlich. Der Wagen kam gestern an. Er ist ja nicht 100% aufbereitet. Du wolltest ja unbedingt reinschauen. Und wir haben dann tatsächlich gestern gewogen. Mich hat es echt interessiert aufgrund der Ausstattung, ob das hier noch mit gutem Gewissen als 7,5 Tonner verkaufbar ist. Weil es gibt ja in der Größe immer mehr Fahrzeuge, die eine Auflastung tätigen. Noch über 8 Tonnen. Und das wollte ich vorher eigentlich wissen, damit wir die Kunden noch nicht beraten können. Aber hier ein bedenkenloser 7,5 Tonner. Concorde baut sehr leicht, das kann man sagen. Also im Vergleich zum Wettbewerb sind die immer eine Schippe leichter. Wie sie es machen? Ich denke, es ist extreme Leichtbau-Konsequenz, die hier angewendet wird, dass du das hast. Aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz darauf an. Ein paar nette Details, die hier eingebaut sind. Du hast hier Differenzial-Sperre, du hast eine Männer-Hupe mit eingebaut. Die können wir mal kurz zeigen. Das ist eine Luftdruckhorn. So, die normale Hupe, die kann man hier abschalten. Dann ist sie nur noch, das ist die Brötchen-Hupe und das ist die Männer-Hupe. Dann hast du die Kameras kannst du steuern. Du hast eine lektische Parkbremse mit drin. Du hast eine 8-Gang-ZF-Automatik. Richtig, richtig, 8-Gang, ja. Dann tolles Alpin-Gerät hier vorne mit verbaut. Ladebuchsen überall, wo das Herz begehrt. Freisprechen-Richtung hier vorne, dass man auch ja die Leute gut versteht. Abstandstempomat, aktiver Spurhalte-Assistent ist mit eingebaut. Das ist groß. Was ist der schön. Schöne Übersicht auch, ne? Von der Tiefsicht her. Mach mal bitte das Rollo zu. Das war einmal... Ja, das war gerade noch irgendwo. Verriegelt ist hier. Ja, machen wir mal weg die Sperren. Sperren drin, dass er nicht während der Fahrt runterfällt. Und jetzt kann man das Rollo runterlassen. Das Ganze übrigens digital. Das ist also auch nochmal, kennt man nur aus der Liner-Klasse von Concorde. Ich glaube mittlerweile auch da mit drin. Also wenn ihr im Saarland seid, hier schnell, Werbung, Saarfunk 1 hören. Oder Saarfunk 3. So, also das ist großes Kino. Es gibt zusätzlich noch eine Privacy-Verdunklung. Die können wir gleich mal zeigen. Denn die sorgt dafür, dass keine Blicke von außen nach innen kommen können. Das waren eben die Luftdrucksitze. Also Schwingsitze mit eingebaut. Wollen wir mal wieder hoch, ne? Dann so kleine Details wie hier eine Fußablage, dass du unten die Füße... Ja, total cool mitgedacht. So, dann hast du hier zwei Gurtplätze. Das heißt, hier können noch zwei Leute sitzen. Die sind auch versteckt hier hinter. Können wir gerade mal zeigen. Man kann die mal so leicht anheben. Da sind die Gurte drin. Und? Da ist ein Gurt. Da ist ein Gurt. Da ist ein Gurt. Da ist ein Gurt. So, also vier Leute können mitfahren. Die Küche hast du eben schon kurz erwähnt. Das ist eine klasse Sache, denn alles aus Korean macht das sehr pflegeleicht. und es ist absolute Liner-Klasse. Also hier, der Preis ist schon wieder, glaube ich, es gab da noch mal eine Preiserhöhung bei Concorde, die alle auch, glaube ich, gemacht haben. Alle Hersteller mussten, glaube ich, Preise erhöhen. Aber der hier, wie er hier steht, der ist doch... Was hat der gelaufen? 17? Ich meine eben 12.900 Kilometer. Aber ich schaue mal nachher noch einmal nach. Aber der hat jetzt keine 50.000. Nein, nein, nein. So, der ist check-heft gepflegt. Iveco ist übrigens interessanterweise... Der Herr Brunk ist nebenan, Federn-Schmidt. Ja, richtig. Das ist Vertragshänder Iveco, wo auch der Service gemacht werden kann, ist direkt neben dir. Ja, das ist der Nachbar. Der Nachbar. So, auch interessant finde ich jetzt hier der Größenvergleich, dass man das sieht. Wir gucken gerade auf dem Dach von einem Rossini, der ja nun wirklich nicht klein ist. Dass man mal das sieht, dann Induktion und Gas auf einmal. Das ist die Kombi hier von Schott ist das hier und Tedford. Und ja, passt. Aus dem Gas kann man mal schön richtig was ankochen als Hobbykoch. Und wenn das nicht reicht, können wir natürlich immer noch ein Dreifach-Gasteran-Kochfeld einbauen. Das würde immer noch machbar sein. So, der große Tower, den ich ja so geliebt habe. Ich liebe diesen Kühlschrank. Den kann ich nicht mehr kriegen im Moment. Und der hat oben einen Ober- und Unterhitze-Backofen mit drin. Gibt es auch schon nicht mehr. Oben drauf hast du noch ein Feld. Der Kühlschrank übrigens ist ein AES-Kühlschrank. Aber er hat einen Kamin eingebaut, dass er besonders gut funktioniert. Der geht also nicht nur hinten raus, sondern hat nur die Luftansaugung. Und durch diesen extremen Kamineffekt über das Dach funktioniert der einfach gut. Ja, es funktioniert dann besser, ja. Weil die Strecke ist viel größer. Ja, wenn du mal kurz aufmachst, der hat cooles blaues Licht. Ja. Ich habe mich gefühlt wie auf einer guten Party. Jetzt ist das blaue Licht. Da ist das blaue Licht, die Techno-Party. Ich habe den so geliebt, den Kühlschrank, als er wegging. Denn er ist riesengroß. Er ist viel größer wie natürlich der andere Dometic. Der hat andere Vorteile, jetzt beidseitig zu öffnen. Aber so, da ist die Technik. Ja, hochinteressant. Wenn du mal drauf klickst, Bus-System. Wird alles zentral gesteuert. Ja, touch. Hier ist jetzt TV-Schlafraum. Wir können die Beleuchtung, können wir von hier vorne aus dann regeln. Das ist alles an momentan. Und ansonsten hast du hier... Ist da irgendein Stau, ist irgendwas zu machen? Ist irgendwas kaputt an dem Auto? Nix? Nee. Da ist... An dem Wagen ist nichts zu machen. Nee. Der steht super da. Checkheft hast du da? Ja, Checkheft haben wir da. So, die ist fällig 7,23. Die Kontrolle? Ja. Denn er muss einmal im Jahr zur Kontrolle. Das kann auch ein Fachhändler machen. Da oben hast du eine Duo-Kontrolle eingebaut. Ganz spannend. Und natürlich die Alde-Heizung mit drin. Hängt natürlich auch davon ab, wo die Leute hinfahren. Also ob die jetzt ein bisschen weiter oder ein bisschen weniger weit fahren. Ah, kann sein, dass sie aus ist. So, die Master-Volt will ich jetzt nicht groß... Das ist die Alde hier oben im... Ah, das heißt, das Bedienpanel ist gespiegelt. Genau, du hast es oben drin, ja. Das ist das Alde-Bedienpanel. Verstanden. So. Das haben wir. Apotheker. Der ist da nochmal drin, ein kleiner Apotheker. Dann hast du hier noch zwei. Das könnte ein Apotheker sein, ja. Super. Bis 30 Kilogramm. 30 Kilogramm. Schön. Hier hast du über dem... Übrigens über der Küche hast du da noch ein... Ventilator. Großer Ventilator mit drin. Unten hast du wahrscheinlich noch einen Apotheker. Weil einer ist ja... Man steht ja nur auf einem Bein schlecht. Dann... Komm, wir machen mal hier paar Schränke auf. Das wollen wir sehen. Okay, schön. All. Gehen wir mal in der Ecke. Antuchhalter. Ja. Eins. 25 Kilo pro Schublade übrigens. Und drei. Aber glaubt mir, ich werde euch gleich das Bett zeigen und das Bad. Und da geht euch wahrscheinlich das Herz auf, wenn ihr das seht. Denn das Ganze ist wirklich vom Feinsten. Er ist sofort verfügbar. Das ist vielleicht auch noch ein Argument. Wartezeit ja im Moment, glaube ich, rund ein Jahr, wenn man sofort bestellt. Ja, mindestens. Also das ist momentan eher Richtung anderthalb Jahre das Ganze. So, aber da am besten bei Concorde nachfragen. Nicht, dass da falsche Informationen verbreiten. Manchmal geht es schneller, manchmal weniger schnell. Aber ich habe zumindest auf meinen jetzt rund ein Jahr gewartet. Der kommt ja im November, kriege ich in Concorde. Was ich weiß, ist, dass die Dailies aktuell komplett im Lieferverzug sind. Und das merken wir bei vielen Herstellern. So, und dann Ablagefach beledert drunter durchgehend. Guck mal hier, das ist so ein karamellfarbiges Leder von der Verarbeitung her. Nee. Die Kaffeemaschine? Die Kaffeemaschinenposition, ja. Da kommt ja diese kleine Espressomaschine rein. Pixi kommt da rein. So, und da ist die Kaffeemaschine elektrisch, schwert sich rauf und runter. Dann schade, dass hier keine Steckdosen sind, Stefan. Schade, schade. Denn da hätte man wirklich nachrüsten können. Aber nein, ein ganzer Steckdosen-Tower. Zack. Da sind drei Steckdosen drin, wie man das kennt von der Luxusküche. Jo. Also doch, leider Steckdosen drin, ne? Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Cool, komm, wir gehen mal ins Bad. Ja. Schiffsbodenoptik übrigens, wenn wir gerade dabei sind. Ja. Ist mit drin. Und der Carrara Marmor. Carrara Marmor. Optik. Optik. Aber sieht verblüffend echt aus. Mach mal zu, bitte. Die Zwischentür. Zu uns hier? Ja. Da kann man nämlich zumachen, wenn man mal Pipi macht oder aus Klo geht. Die Tür einfach schließen. Und zumacht. Und dann kann ich mich komplett vereinzeln. Das Unwort des Jahres 2022, Vereinzelung. Boah, ist das schick hier mit der Edelstahloptik. Ja. Dann das ist ein Heizkörper übrigens. Ja. Ein Flächenheizkörper dahinter. Hat man bewusst auf diese Rippen verzichtet, damit man das einfacher reinigen kann. Du weißt selbst, der Staub, der lagert sich immer auf den Rippen ab. Ja, gerade hier bei Metall. Das ist ja wie ein Magnet. Guck mal hier das Waschbecken. Ja, ist einfach richtig schön. Wer hat die denn hinten gestellt, die Blümchen? Ja, die hat hier unser Reinigungsteam. Damit wir ein bisschen Deko... So, und dann ein großer Spiegelschrank. Den können wir mal aufmachen. Das ist also überall für Zahnbürsten und alles, was das Herz begehrt. Komm, komm, wir zeigen uns einmal für die Zuschauer zusammen. Einmal Stefan und Sven. So, ich habe meinen Namen fast vergessen. Das ist eine Schiffstoilette hinter dir. Ja. Da wird zerhackt. Es gibt einen Festtank. Das ist vielleicht auch was Besonderes. Für viele, die nur die Kassettentoilette kennen. Dort landen einige hundert Liter Fäkalien. Das Ganze umweltgerecht. Das ist denn Gülle quasi? Ja, das ist erschreddert. Ich finde es eine ganz saubere Sache. Die hat ja auch noch einen Sog dabei hier. Ist ja auch noch hier dran. Wenn du irgendwas machst, dann wird abgesaugt. Dahinter ist ein Kleiderschrank hinter dir? Ja. Endlich mal ein Wohnmobil mit Kleiderschrank. Boah, da kannst du ja dich mal reinstellen. Das ist echt riesig. Ein paar Steckenspielen hier. Und Teppich sind dabei. Dann die große Dusche. Teppich ist aber nur jetzt hier ein Stück dabei. Also die Komplettsatzteppiche habe ich jetzt nicht gesehen. So, Regendusche. Die ist da oben übrigens. Ja, ich denke, ich stehe mal auch mal rein. Ja, stehe ich mal rein. Vorsichtig. Unerlaubterweise rein. Mit deinen neuen On. Der wird komplett noch aufbereitet. Also das vielleicht als Hinweis. Ich gehe barfuß rein. Ich spreche nicht übers Herz hier. Ehrfurcht vor. Aber das ist toll, ne? So, du bist 1,85 Meter. 1,85 Meter und kann unter der Regendusche richtig stehen, ne? Ja, du hast auch genug Volumen. Meistens haben die Fahrzeuge 300 Liter. Ich habe genug Volumen. Nein, die Fahrzeuge haben Wasser. Ich würde dir niemals sagen, dass du genug Volumen hast. Da ist übrigens was Interessantes. Unter dem Bett ist ja die Garage. Ja. Wenn du gerade mal anhebst, da dürfte nämlich nichts drunter sein. Du merkst es ja nicht, ne? Das ist ja so schön gemacht hier. Guck mal, jetzt ein schönes Detail. Ich zeige mal da drauf. Siehst du das? Siehst du da dieses Leichtbau? Siehst du das? Mit den Waben? Sensationell, ja. Da fragt man sich, wie man Gewicht sparen kann. Das ist alles extremst Leichtbau, aber durch die Wabentechnologie natürlich unglaublich haltbar. Stefane, gefällt mir. Der ist so, also wo du denkst, so unter 7,5 Tonnen. Viele haben ja noch den alten Dreier. Wir stehen hier aufrecht unter der Garage. Super. 1,85 Meter kannst du aufrecht stehen. Genau. Gut, das geht spätestens hier nicht mehr, aber bis dahin einsteigen geht. Das Bett, du hast jetzt gerade Sturmfe an. Geh mal drauf. Ja. Ich sehe schon, wir machen jetzt Feierabend. Ich schlaf vorne, du hinten. Ja. Das Schöne ist natürlich an der Klimaanlage hinten, dass du nur hinten klimatisieren kannst und dadurch natürlich unglaublich viel Energie sparst. Dadurch, dass sie während der Fahrt geht, kannst du an heißen Tagen auch die Klimaanlage mitlaufen lassen. Dann hier auch diese ganze Verdunklung. Ja, super. Ja, gefällt mir persönlich richtig gut der Wagen hier. So, dann kommt es noch besser. 32 Zoll. Ja. Alphatronix. Ich bleib gerade hier. Den Grund habe ich mal ausgemacht hier bei unserer Doku. Soundsystem drunter. Da ist das Soundsystem drunter. Da noch ein Schrank, guck mal. Mach mal auf, bitte. Dann bleib ich mal hier. Das ist der Blick. Jetzt wird es eng mit deinen Knien. Ja, ich gehe mal. Oh, der ist aber groß. Warte mal, ich sag das mal. Also nochmal ein großer Kleiderschrank hier. Dann Luftfederung komplett. Vierkanal Luftfederung ist natürlich hier mit drin. Das ist schon fast ein Muss. Dadurch hast du natürlich in allen Lebenslagen immer die korrekte Fahrposition. Das heißt, die Federung stellt sich vollautomatisch nach. Je nach Beladung. Einfach jedes Detail hier. Entschuldigung, ich war so abgelenkt jetzt hier von den Details. Ist einfach schön. Stefan, du hast ihn angekauft, muss man sagen. Hast nicht lang gezögert, oder? Nein, nein, nein. Überhaupt nicht, ne? Das Fahrzeug hat eine ganz tolle Historie. Ist also von einem großen Unternehmer, der sehr, sehr darauf Acht gegeben hat, wenig Kilometer gefahren hat, der das Ganze in der Pandemie verwendet hat. Höchstwahrscheinlich zu geschäftlichen Zwecken, weil er in der Dienstleistungsbranche unterwegs war. So viel dürfen wir verraten, oder? Ja, ich denke, den einen oder anderen, der wird es fragen, eben, wer war der Vorbesitzer. Natürlich sagen wir das jetzt nicht, wer der Vorbesitzer ist. Das möchte, glaube ich, keiner haben. Aber ganz ordentliche Leute, ja. Es riecht neu. Du hast keinen Eigengeruch. Nein. Irgendwie, der irgendwie kommt. Es riecht nach Leder. Es riecht nach neuen Möbeln. Es ist also gar kein, irgendwie, Geruch, der hier drüber liegt. Das ist vielen auch ganz wichtig. Dann auch der Zustand, der ist nicht aufbereitet. Nein. Der sieht aus wie neu. Dahinten sind noch Schränke. Guck mal. Ja, wir haben hier überall noch Schränkchen. Die haben wir schon mal aufgehabt. Also jeder Platz ist genutzt. Da ist noch ein Kleiderschrank hinter dir? Ja, das ist ein Eckschrank. Also ein richtiger Kleiderschrank ist das nicht. Aber für Wäsche bekommst du rein. Und oben drüber sind noch Schränke. Die sind aber tiefer, gell? Die oberen. Die hier? Ja. Das ist ein richtiger Oberschrank. So ein typischer Dach-Oberschrank. So, das ist jetzt die Klimaanlage. Da ist zwar eine typische Klimaanlage drüber, aber du siehst sie nicht. Dadurch hast du natürlich von der Optik her eher so praktisch Hotelcharakter und gar nicht so diesen Charakter, dass du in einem Wohnmobil bist, oder? Ja, es ist auch total irritierend, weil das Bett ja hier quer eingebaut ist und die Klimaanlage oben drüber gerade eingebaut ist. Ich glaube, die hätten das gar nicht machen können ohne diese Abdeckung. Das würde so irritieren mit diesem Bett. Ich habe mal den Marketingchef von Concorde gefragt, warum das so ist, warum das Bett quer ist. Er sagt, du hast viel mehr Platz durch die Quereinbausituation. Ja, da gebe ich recht. Und sieht gigantisch aus. Stefan. Ja. 399.000 Euro. Wer will, kann das Ganze finanzieren. Er kann auch einen Teilbetrag haben. Viele machen eine Teilfinanzierung. Ja. Also da langen vielleicht die letzten 100.000 Euro hat er halt nicht. Dann geht das noch zu einigermaßen guten Zinsen im Moment? Die waren nie perfekt, die Zinsen, was den Bereich angeht für nicht über Theken gedeckte Darlehen. Also die sind nach wie vor irgendwo bei 6? Nein, irgendwo um die 4%. Das geht ja noch. Ja, wenn aktuell der Darlehenszins für 10 Jahre für Grundschulden sind wir auch irgendwo in dem Bereich. Aber man sollte vielleicht nicht zu lange warten, weil das ist eine recht dynamische Entwicklung im Moment mit den Zinsen, so leid es mir tut. Ja. Ich glaube, es ist sogar noch größer als hinten das Bett und da können also zwei Leute mit zwei Metern mal, ich glaube 1,60 Meter hat das hier, können richtig schlafen mit Lattenrost, allem drum und dran, elektrisch natürlich. Und das Allerwichtigste ist natürlich bei dem Fahrzeug, wenn ihr ins Zahland kommt, müsst ihr Sachfunke 1 hören auf DAB. Das Ganze geht, nee Spaß beiseite, 399.000 Euro, alle Fernbedingungen sind mit dabei, ein Jahr Garantie gibst du drauf. Das bedeutet, du haftest als Händler dafür, dass das Fahrzeug ein Jahr lang ordnungsgemäß funktioniert, es sei denn, ich fahre natürlich eine Beule rein, das ist davon nicht abgedeckt. Wie gehst du damit um, ist das nochmal zwischenversichert bei dir intern? Also das ist jetzt nicht zwischenversichert, aber wir bieten es auch an, also wer möchte, kann das Ganze auf drei Jahre verlängern und da gibt es eine Versicherung dafür. Das heißt, derjenige kann quasi eine Garantie erwerben, sogar für relativ moderates Geld. Das ist wirklich moderat, ja, das liegt irgendwo um die 1000 Euro das Ganze und das geht bis 7,5 Tonnen und das wird natürlich fast immer gemacht. Das heißt, die Leute können das Ganze erweitern, die können also praktisch ein Jahr kriegst du ja, gibst du ja mit, so bist du in der Haftung drin, aber du sagst, das kannst du mit ganz gutem Gewissen machen. Ist der jetzt schon raus aus der Garantie bei Concorde? Der müsste jetzt gerade raus sein, von der Erstzulassung her, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, wann es war, aber ein 20er Erstzulassung müsste gerade raus sein. Du siehst noch so jung aus, Unternehmen gibt es seit über 60 Jahren, 50 Mitarbeiter, eines der alteingesessensten Wohnwagenhändler überhaupt in Deutschland, Wohnwagen Vogt. Ihr seid mit in einem Verband mit drin. Dein Vater hat das gegründet. Nicht, dass die sagen hier, du bist kein Hinterhofhändler, du hast eine Riesenwerkstatt, die ist übrigens gefühlt, die kann man gar nicht sehen, so weit ist die weg. Aus dem Fenster vom Dach. Aus dem Fenster vom Dach, da ganz, ganz hin. Ihr habt quasi das ganze Stadtteil Burbach, ist jetzt mittlerweile euch, habt ihr annektiert. Spaß beiseite, ihr seid an der Saar direkt mit dran und hast auch ganz viele von den großen Fahrzeugen bereits schon gebraucht verkauft. Gute Erfahrungen damit auch gemacht, muss man sagen. Ja, sonst würden wir das nicht machen. Das ist unsere Leidenschaft, das Ganze und wir können das und es macht Spaß. Das Fahrzeug haben wir uns wenige Minuten vorher überhaupt das erste Mal gesehen. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das ist jetzt so das eine oder andere Teil, das wir nicht hundertprozentig kennen, Unboxing, ich kenne es ja auch nicht auswendig, aber es ist wirklich so oder so ähnlich sind die alle. Da ist eine Fußbodenheizung mit drin, hier sieht man nochmal den höhenverstellbaren Tisch, den ich dann zu einer Launfunktion, den Tisch kann ich übrigens nochmal ausklappen, das schenken wir uns. Da unten ist noch ein Barfach mit drin, guck mal gerade unter dir, ganz unten in der Mitte, das ist üblicherweise auch gekühlt. Drück mal, vielleicht kommt es raus. Kann auch sein, dass keins drin ist. Das ist hohl, nein, hier ist nichts drin, Sven. Wahrscheinlich lachen jetzt alle und sagen, hey, musst du irgendwie dreimal drauf klopfen, einmal beten, dann geht es auf. Ja, wenn ich das haben möchte, Wohnwagen Vogt, First Come, First Serve, ist ein tolles Angebot. Du sagst, der ist gerade mal eingefahren, Kilometer hat er 12.229, das ist groß. Das heißt, der ist wirklich gerade mal eingefahren, oder? Ja, der ist eingefahren, ja. Ab 6.000 Kilometer, es gibt es ja offiziell, wenn man das einfahren, aber jeder, der ein neues Fahrzeug hat, merkt, dass ab 6.000 Kilometer der Spritverbrauch runtergeht und auch so bleibt dann. Habe ich übrigens bei meinem Cupra Formentor, der hat am Anfang gesoffen, ja, und auf einmal ist der runter auf 6,8 Liter. Genauso der Fiat Ducato, der neue 8er, den ich habe, ja, am Anfang 13,5, jetzt 6,8. 6,8, glaube ich dir nicht. 6,8 bin ich in Gefahren. Wirklich? Ja, ich bin 87 kmh hinter einem LKW, 6,8 Liter. Das habe ich ja nicht gehört. Mit 3,2 Tonnen. Ja, klar. Also der Fiat Ducato 8 ist ein Wunder, musste allerdings den Gasfuß, also wenn du 100 fährst, bist du schon bei 9. Aber dann der 140 Schalter wahrscheinlich. Der 160 Automatik. Oh, wow. Ist wirklich also ein Sparwunder mittlerweile. Und diese Fahrzeuge hier fahren sich übrigens, wenn man mit dem Gasfuß moderat arbeitet, mit circa 15 bis 17 Litern. Das ist realistisch. Ich hätte jetzt auch eher die 17 hier anvisiert. Und wenn man eben richtig immer mit 100 fährt bei Gegenwind, dann kann man natürlich auch mal 20 Liter verbrauchen. Alle technischen Daten schreiben wir nach und nach in die Videobeschreibung mit rein, dass wir das Ganze haben. Vieles habt ihr jetzt schon gesehen. Wenn ich den haben möchte, wie ist deine Rufnummer? Wie kann ich mich melden? Ja, am besten über die Zentrale, die 0681 für Saarbrücken, 99 2880. Ja. Und dann nach mir fragen. Ich bin der Stefan Buhr und dann rufe ich zurück. Der Geschäftsführer von Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Das Wohnwagen täuscht übrigens. Das ist historisch noch. Sie verkaufen wertmäßig natürlich viel mehr Wohnmobile. Über 1000 Einheiten insgesamt Wohnwagen und Wohnmobile an guten Jahren. Um die 1000 sind es meistens. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, First Come, First Serve hast du viele gefunden bei Mobile eigentlich mit der Laufleistung, dem Alter. Generell, wenn du heute guckst nach dem Zenturion, da findest du ja eh nur europaweit 15 Fahrzeuge und davon sind eben 3 oder 4, 7 Halbtonner super wenige Fahrzeuge, die aktuell verfügbar sind. Ja, super Zuladung. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.